Allmann vs. Bratan Online-Dating Allmann Nö Nein Du nicht? Nee Nö Nein Vielleicht stülfst du um auf Männer Nein Leid, nur guck doch, was die für Titel hat, weil er da bleibt Ja, aber das ist ja genau das Problem, ja? Das ist eine ganz klare 9,5 Die ist außerhalb meiner Liga Und was will sie von mir, das frage ich mich Was impliziert das, wenn ich dir jetzt einfach dieses Signal sende Ja, ich bin bereit für irgendwas Wofür bin ich denn bereit? Will sie hier einziehen, will sie Kinder, was entwickelt sich daraus? Das ist ja von vornherein komplett zum Schreddern verurteilt Deswegen, nein Bratan, das ist keine bildende Kunstanalyse Du musst einfach nach rechts swipen Ich hab sie geliked Dabei, ich zeig dir, wie das geht Ja, ich verstehe, wo das hinläuft Allerdings müssen wir davor noch ein paar Sachen klären Wie viele Sexualpartner hattest du letzten Monat? Irgendwelche Geschlechtskrankheiten? Tripper? Syphilis? Nein Aids? Nein, bist du behindert? Nee, alles super, das müsstest du mir nur hier Und einmal hier nochmal gegenzeichen Was soll das? Ich hol meine Lecktücher Oh Gott Zwei Flasche Vodka, ein Kilo Pilmeni und ficken die ganze Nacht Hatt! Familienplanung Allmann So, ich dachte mir drittes Date Reden wir mal ein Tacheles, oder? Ich würde sagen, wir ziehen direkt zusammen Allein wegen der Mietersparnis Und wenn wir dann relativ schnell heiraten würden Dann würden wir in der Steuerklasse runterrutschen Also ist das eigentlich ein No-Brainer Im Vertrag habe ich auch schon mal hier einen Entwurf Einfach dann nochmal hier gegenzeichnen Machen wir einen Deckel drauf Ist die Sache geritzt Ah! Aua! Ei, ei, ei Das brezelt Ah, pisst jetzt Okay, ciao Ich habe mit deinem Vater telefoniert Es geht klar, wir machen acht Kinder Du kaufst zu Hause, putzt zu Hause Und ich verdiene das Geld In der Spielothek Davai Bruder, muss los Essen gehen Allmann Ja, war doch ganz lecker, ne? Wollen wir bezahlen? Ja Excuse me, por favor Na, die Dings Ihr wollt bezahlen? Ja Alles getrennt Dein Ernst? Emanzipation? Hallo? Was? Ja Fifty-fifty Soll ich euch das noch einpacken? Äh, nee, danke Das kann ich eintuppern Ich bring mal die Rechnung Excuse me Stört es dich, wenn ich das mitnehme? Ja Also wir können auch Fifty-fifty Fährst du? Brata Och bis jetzt, ich habe so Hunger Bleibt, hast du auch Hunger? Ja Hast du Bock auf Teigtaschen mit Fleisch gefüllt? Ja Dabei gehen wir zu Mama Okay Ich bin ein An Anmache Allmann Ist dein Vater ein Dieb? Wieso? Weil er hat die Sterne vom Himmel gestohlen Und sie zu deinen Augen gemacht Brata Mein Vater ist ein Dieb Versetzen Allmann Hey, tut mir mega leid Ich bin ein bisschen zu spät Ja Ist mir durchaus bewusst Zwei Minuten Das ist doch nicht so schlimm Sind doch nur zwei Minuten Wow Null einsichtig jetzt auch noch Ist meine Zeit wohl gar nix wert? Das war doch nicht so Bin ich dir völlig egal? Das hat doch von vornherein keinen Sinn Ich will dich nie wiedersehen Was für ein Psycho Brata Hey, sorry Tut mir mega leid Ich bin zwei Minuten zu spät gewesen Kein Problem, Schatz Wer ist das? Wie, wer ist das? Ich bin zwei Minuten zu spät Und du hast direkt eine neue? Nur du bist zwei Minuten zu spät, Blatt Ich bin ein Einmal flexen Ich habe einen perfekt gemähten Rasen Ich habe Gras Ich habe einen Staubsaugerroboter Ich kann Roboter tanzen Ich habe das Seepferdchen abzeichnet Ich habe mich mit Pferd gefetzt Ich bin immer pünktlich Ich habe Rolex Okay, jetzt reicht es Ich habe deutschen Pass Ich habe auch deutschen Pass Ballermann Das Video ist zu Ende Ich hoffe, euch hat es gefallen Schreibt mir in die Kommentare Ob ihr mehr Bock habt Auf so Videos Alman vs. Bratan Bei dem Bratucha Viel lauter Gibt es den Teil 2 zu sehen Beziehungsweise Teil 1 Wenn ihr noch nicht gesehen habt Und Kommentiert mal mit Zuckerblatt Endlich mal bei ihm Ihr wisst, wir sind noch nicht so groß Bei YouTube Aber nicht schlimm So 200.000 Zuckerblatt Unter seinem Video Wäre schon korrekt Oder was sagst du dazu? Jo, Bratan Bratucha, kannst du einmal Bruder muss los machen Aber in der Russen auch